Für zwölf Prozent aller befragten Unternehmen ist die Generation Z eine besonders wichtige Zielgruppe, dass sie die KäuferInnen von morgen sind. Unternehmen möchten in der Zielgruppe vorrangig die Bekanntheit der Marke aufbauen und sie durch Vorstellung neuer Produkte als Neukundinnen gewinnen. Generation Z interessiert sich vor allem für Werbung, die beim günstigen Einkaufen hilft, zum Beispiel mit Preisaktionen und Rabatten. Mehr als die Hälfte findet diese bedeutend, aber nur rund 14 Prozent der Unternehmen bewerben sie. Knapp ein Viertel der Unternehmen fokussiert die Werbekampagnen auf Produktneuheiten oder Innovationen. Für 43 Prozent der jungen Zielgruppe ist das relevant. Wichtig, Werbung muss überraschen und gute Laune machen. Weitere Details für Ihre optimale Werbeplanung entnehmen Sie dem Dialog-Marketing-Report unter post.at slash dmr2022.